Hallo zusammen und willkommen zur Truppenbeschwörung und zu einer ganz kurzen Einschätzung, wie wichtig sind diese Truppen eigentlich im Stix-Turm, die Zyklopentruppen, kurz zu den Stats, wenn die ausgewachsen sind, also Level 30, 20% Attack, 20% Mana Rack, also so stark wie die Magier-Turm-Truppen, was das Mana angeht, Verteidigung 15% und dann Defensive Boni umgehend 25%. Nochmal zurückgehen auf die Magier-Truppen, ich habe jetzt natürlich hier nicht die Endwerte, aber wir haben hier Heilungsbonus, der Attack-Bonus ist ein bisschen höher, das ist glaube ich dann am Ende 22%, Mana-Bonus ist gleich und Def ist auch gleich. Das heißt, die Standardwerte, also die Basiswerte, die sich nicht verschieben, sind bei den Magier-Truppen Attack und Defense ein bisschen höher, Mana ist gleich und die Magier-Truppe hat halt mehr Heilung und die Zyklopentruppe hat als Ausgleich dieses defensive Boni umgehen. Es ist eine 25% Chance. Was ist jetzt besser? Also Mana-Geschwindigkeit wie gesagt gleich, aber die Basiswerte von den Helden, die durch die Magier-Truppen supportet werden, sind halt höher. Das ist prinzipiell besser und wenn irgendwo Heilung benutzt wird, ist das natürlich auch besser und das ist konstant Heilung. Das heißt, wenn geheilt wird, hast du keine Chance, dass mehr geheilt wird, sondern es wird mehr geheilt und der Wert ist ordentlich, den darf man nicht unterschätzen. Und hier hat man eine Chance, defensive Boni zu umgehen und man muss auch nur defensive Boni umgehen, wenn sie da sind und die Chance ist nur 25%. Das heißt, das wird nicht so häufig sinnvoll sein wie die Plus-Heilung und solange in der Meta noch irgendwo in der Def ein Heiler steht, in der Offensive nehmt ihr eh zu 99% ein Heiler mit, sind die Magier-Truppen einfach besser und für mich ist das jetzt der Gedanke, wenn ich noch nicht alle Magier-Truppen habe, würde ich auf den Magier-Truppen wieder warten für die Münzen. Da ich alle Magier-Truppen habe, nehme ich die hier fürs Album mit. Ja, ganz einfach. Und deswegen wird jetzt auch beschworen, 55 Münzen, mehr wird nicht gemacht. Mal gucken, wie viel wir bekommen können. Chancen auf... Gibt es hier noch eine epische Event-Truppe? Was haben wir hier noch? Ach, jetzt muss ich mal schauen. Ich habe auch irgendwo in der Ankündigung gelesen, dass es 3 Sterne Magier-Truppen irgendwann geben soll, aber ich glaube, die sind noch nicht dabei. Habe ich jetzt nichts gesehen? Ne. Okay. Und wir haben 5% Chance auf die Truppen. Wir machen 55 Beschwörungen, also sollten 2 bis 3 rauskommen. Ich hoffe, nicht doppelt. So, jetzt geht es los. Und ich werde das Ganze auch ein bisschen wahrscheinlich beschleunigen. Und wir zählen mal die Vierer und wir zählen natürlich, wie viel davon sind Zyklopen. Und dann rechnen wir mal hoch, ob wir eine gute Quote hatten oder nicht. Bisher sieht es nicht so toll aus. Und ja, nochmal ein Hinweis, falls es die Leute nicht wissen oder nicht beachten, das ist die erste 4er1. Benutzt eure Truppenmünzen wirklich nur bei den Events, bei den Turm-Events. Ganz einfach. A. Chancen auf die neuen Truppen oder auf Magier-Truppen oder was auch immer. Und B. 5% höhere Chance auf 4-Sterne-Truppen, was letztendlich mehr Erfahrungspunkte auch ist, falls ihr das verfüttern müsst. Deswegen mach das so. So, ich werde jetzt mal ein bisschen beschleunigen. Das ist jetzt Nummer 10. Und wir haben den ersten Zyklopen lila. Sehr schön. 1,1. Also normale Vierer und Zyklopen Vierer. Und wir haben lila. Zack, zack. 2,1. Bei 15. Schon 3,5er. Ist okay. Das entspricht ungefähr 20%. 3,1. Jawohl, 3,2. Da haben wir die Roten. Zweite Farbe. Wunderschön. So. 2 sind doch schon mal ein guter Anfang. Jetzt können wir doch was Vierermäßiges kommen. 4,2. Also vier Nicht-Zyklopen und zwei Zyklopen. Och, jetzt haben wir sie doppelt. Naja, die werden verfüttert. 4,3. Oder die werden wahrscheinlich verfüttert. Muss ich nochmal überlegen. So. 4,4. Jetzt haben wir die dritte Farbe. Rot, Lila. Da muss ich nochmal gucken, was das andere war. Vier Zyklopen. Weil jetzt 40 Beförderungen ist. Okay. Zehn Prozentquote. Doppelt so hoch, wie sie sein sollte. Und wir haben schon acht Truppen, die vier Sterne sind. Die Asketenkrieger bin ich gerade. Okay. Ja, warte mal. Und das ist eigentlich schon der Schnitt, den wir am Ende erwartet haben. Aber vielleicht kommt da jetzt gleich noch was. Na komm, gib mir noch eine Vierer irgendwo für die Erfahrungspunkte. Gelb. 4,5. Jetzt muss ich, bevor ich die letzten fünf mache, muss ich echt mal reingucken. Neue Truppen. Boah, ich habe hier lange nicht mehr reingeguckt. Ne, ich gucke besser hier. Okay, wir haben lila Zyklop, wir haben gelb Zyklop, blau haben wir nicht. Wir haben grün Zyklop. Es fehlt nur blau. Na komm schon. Es war schon blau. Es war ein blaues Flimmern, aber es war nicht der Zyklop. So. Kriegen wir noch eine Vierer, dann haben wir zehn Stück. Wir haben fünf Zyklop bekommen, vier verschiedene. Das sind die blauen. What the fuck. Ja, die... Ja, wir machen die letzte Münze schon. Alle Zyklop mit 55 Beschwörungen. Eigentlich müsste ich hier oben direkt weitermachen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bar ist das mega geil. Haut rein, Stan. Ciao, ciao. Ciao, ciao.